Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf diesem Kanal, dem FIFA & ARC Strategie-Duo. Ich bin's der Friedrich, Jonas auch dabei. Ja, moin Leute, ich bin auch wieder mit dabei. Aber allerdings wieder nur am Anfang, ihr kennt es ja. Friedrich stellt euch die neuen SPCs vor, die Top-Bart-Team. Genau. Ja, wie immer das so ist, habe ich die letzten Billets bei uns zusammengekratzt und fast keine Coins mehr, aber scheiß drauf. Ja, gute Unterhaltung, wie immer, wünsche ich euch. Also hier, Meister-Challenge rund um die dieswächigen Top-Spiele. Wir sind heute sehr früh dran, sind noch fünf Tage verbleibend, aber das ist eigentlich immer so bei uns. Gesamtbelohnung, seltenes Elektrom-Spieler-Pack, tauschbar ist wie immer alles, ihr seht das hier. Ich will gar nicht lange Runden labern und wir gehen hier erstmal rein und schauen uns an, was für Partien es gibt. Aus der Super League, Fenerbahce gegen Galatasaray. Aus der League A, Bordeaux gegen Toulouse. Aus der Serie A, Pio Monte Calcio, also Juve gegen AS Rom, Roma FC. Und in der Premier League haben wir noch FC Liverpool gegen Manchester City. Und dann haben wir natürlich auch wieder in diesen vier Segmenten auch vier tauschbare Packs am Start. Einmal ein Premium-Electrum-Spieler-Pack, ein junger Premium-Gold-Pack, ein Premium-Gold-Spieler-Pack und ein Prime-Electrum-Spieler-Pack. Ja, damit kann man auf jeden Fall leben und ich würde mal sagen, wir gehen rein, ich habe das wie immer von euch vorbereitet und damit starten wir jetzt. Fenerbahce gegen Galatasaray-Istanbul. Das Ganze sieht so aus, wir kommen zu den Bedingungen. Super League, mindestens ein Spieler, Spieler aus derselben Liga, mindestens drei, liegen maximal vier. Ja, seltene, mindestens ein Spieler, Team Gesamtwertung von mindestens 75, auch eine Team Chemie von mindestens 75. Ja, genau, mehr gibt es nicht zu sagen, das sind die Bedingungen. Ihr könntet das jetzt wieder kurz, ihr könntet jetzt wieder kurz auf Pause klicken, um das abzufotografieren. Und dann werde ich jetzt auch mit der Spielerwahl beginnen. Im Tor Silvio Lung, Rechtsverteidigung El Abdullahi, rechter Innenverteidiger Marzau, linker Innenverteidiger Da Costa, linksverteidiger Kaldirim, ZDM Siopis, anderes ZDM Hutchinson. Dann haben wir hier drei Leute im ZDM, Kielin, Belhanda und Perotti und im Sturm ist noch Max Grandel. Ja, genau, so seht ihr das, ja genau, die sind hier so im ZDM verteilt, Perotti links, Kielin, rechts und Belhanda auf zentral. Gut, und dann gehen wir auch wieder ins nächste rein, nämlich zur Ligue 1. Die Bedingungen, die sind folgendermaßen aus. Ich bin aus Frankreich, mindestens ein Spieler, ich habe da ein bisschen mehr, genauer gesagt alle, und spiele aus einem Verein mindestens vier, ein bisschen schwieriger immer, maximal vier Nationalitäten, ihr seht es ja bei mir, seltene mindestens zwei Spieler, sieben Gesamtwertungen von 77 und eine Teamchemie wieder von 75. Gut, ihr könntet jetzt wieder kurz auf Pause drücken und dann würde ich jetzt auch zur Teamvorstellung wieder kommen. Im Vorrang ein Spieler, der etwas komisch aussieht, aber egal, Regis Gürtner, Rechtsverteidigung, Kenny Lala, Innenverteidiger rechts Stambouli, linker Innenverteidiger Mamadou Sakko. Dann haben wir auf der Linksverteidigung tatsächlich Gilavogi von Wolfsburg, Rechtsaußen Reine, Rechtsmittelfeld Thomasson, linkes Mittelfeld Ligena und ganz linksaußen Gendusi. Und dann haben wir da im Sturm Calvin Amir und Ludovic Ajok. Ihr könnt das hier ganz schön sehen, ich spiele aus einem Verein, waren ja mindestens vier, da bin ich mit Racing Strasburg gegangen, Kenny Lala, Thomasson, Dimitri Lina, die Vereinslegende und Ajok. Der Benjeda-Fake-Spieler aus dem letzten Team of the Week, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ja, das ist die SPC. Dann gehen wir jetzt zu Juve gegen Roma. Die SOS, wir kommen wieder zu den Bedingungen. Pio Monte Calcio oder Roma FC, mindestens ein Spieler, Serie A Team, mindestens zwei Spieler. Spieler aus einem Verein, mindestens vier, also schon wieder, auch hier. Seltene, mindestens zwei Spieler, die im Gesamtwertung von 79, mehr, es ist nicht so leicht, denkt man zwar erst, und eine Teamchemie von mindestens 80. Gut, ihr könnt jetzt wieder kurz abfotografieren. Und dann beginne ich auch mit der Spielervorstellung. Im Torsko Rupski, Rechtsverteidigung Lars Bender, einfach, einfach da hinstellen. Dann, rechter Innenverteidiger Palacio, linker Innenverteidiger Sumarao, linksverteidiger Kolarov, ist vom Rating her schon leider ein bisschen nötig. Dann, äh, ZD Empoli, äh, Rinkon und Ossolini. Dann haben wir auf rechts Flügel, der, der müsste hier einen Positionsmodifikator anwenden. Kandreva, Sturm Edin Dzeko, ein bisschen Rating, aber ihr seht, 2200 ist nicht sonderlich teuer für seine 83. Und dann noch Linksflügel, Borja Valero, so sieht dieses Team aus. Ja, äh, dann kommen wir nur noch zur letzten, Liverpool gegen City, das absolute Top-Spiel. Ja, FC Liverpool mindestens ein Spieler, Manchester City mindestens ein Spieler, und das ist ein Riesenproblem, ich erkläre euch gleich mal warum. Vereine mindestens fünf, das ist, okay, seltene mindestens zwei Spieler, Teamgesamtwertung von mindestens 80, Maximum, wie immer. Und Teamchemie hier von 85, wie immer die härteste SPC. Ja, Leute, äh, Manchester City mindestens ein Spieler, Riesenproblem. Ich komme da gleich zu. Ihr habt jetzt kurz Zeit, es abzufotografieren. Na, so Leute, dann, äh, schaut mal her, hier. So, Premier League, Manchester City. Äh, ich gehe jetzt einfach mal auf Preise, so, 6200, keine Items, das ist aber seltsam. 6300, 600. Ach, guck mal, sind ja zwei Spieler. Oh, Leute, mal, warte. Das hier ist jetzt sehr komisch, damit habe ich nicht gerechnet, aber ihr seht das hier sonst. Ich, ich, der wird jetzt zu viel auch weg sein, ja, so ist es. Die Manchester City Spieler, die sind einfach so teuer, aber, ja, ich hatte keinen Verein, ihr wisst ja, es ist nur ein SPC-Account hier von uns. Also ging's nicht anders. Jetzt aber die Spielervorstellung, ihr seht das dann ja gleich auch. Torwart Dean Henderson, Rechtsverteidiger Lars Bender, äh, ZIV Harry Maguire, dann Feldmann, Benjamin Mondi auf links. Das ist der Manchester City Spieler, 6700 Münzen. Und Leute, ihr dürft euch hier keine zwei Manchester City Spieler reinstellen, es sei denn diesen Erstbesitzer, aber sonst stellt die da bitte nicht hinein. Das geht nicht. Das ist so viel Geldverschwendung. Dann haben wir im Mittelfeld Kepa als Torwart, Rechtslügel Minamino, ZDM, Nemanja Matic und Davy Pröpper, die da stehen. Links außen Pablo von Nals und die Spitze ist Oli Watkins. Genau, jetzt zeige ich das hier. Der Kepa, der ist im ZDM und Pröpper und Matic, die spielen dann hier auf den beiden ZM-Positionen. Genau, das hätten wir. Dann, äh, ja, gebe ich das auch einfach mal ab, ne. Also Leute, kurz vorweg, es könnte jetzt natürlich mal wieder sein, dass Kommunikationsprobleme auftreten, aber, äh, wenn das so ist, dann kann ich da auch nichts machen. Dann versuche ich die halt später zu öffnen. Wir hoffen mal, dass es jetzt klappt. Wir gehen rein. Wenn es nicht so ist, dann werde ich das auch nicht ein zweites Mal versuchen, das, dann klappt das eh nicht und dann verabschiede ich mich von euch. Allerdings, äh, ja, möchte ich euch vorher noch etwas ans Herz legen. Ihr wisst, Leute, bald kommt das Future Star Event raus. Und, äh, ja, dazu wird, äh, da kann ich jetzt auch noch kurz ein bisschen Werbung machen. Bald kommen auch Videos von meinem FIFA Ultimate Team Account. Also wir sind ja hier auf Jonas Account, den wir hier als SPC Account benutzen, aber bald kommen auch Videos von meinem Account. Und da habe ich auch vor, ein Pack Opening zu machen. Ich hoffe, das klappt und ich kann das senden zum Future Star Event. Und zum Future Star Event, ähm, ist es die Möglichkeit, also zum Beispiel, ich habe jetzt Soboslai zum Beispiel gesehen. Der soll ja ein Future Star werden. Ihr müsst einfach, äh, bei den Neuigkeiten hier im Food Hauptmenü schauen. Item Drops und dann kommen da die Future Stars. Dann seht ihr alle. Aber, äh, der Soboslai, der soll einer werden und der ist ja sonst ein Silberspieler. Und Leute, kauft euch den Soboslai und dann besteht die Möglichkeit, dass ihr den in einem Silberpack zieht. Also ihr könnt dann den Future Star von Soboslai in einem Silberpack ziehen. So könnt ihr richtig günstig Future Stars craften. Also macht das auf jeden Fall. Eine Chance ist hier schon mal das Bronze Upgrade. Und ihr könnt einfach machen, da gibt es ein Zwei-Silberspieler-Pack für, wo also Silberspieler drin sind. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit diesem Gold, äh, mit diesem Silber-Upgrade machen, wo ihr drei gewöhnliche Goldspieler für kriegt. Weil es natürlich auch Goldspieler gibt, die Future Stars sind. Also macht das auf jeden Fall. Das will ich euch da ans Herz legen. Jetzt, äh, ja, versuche ich das hier nochmal. Vielleicht klappt's ja. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt nicht so zuversichtlich anhöre. Ah, Leute, es klappt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das sind doch mal richtig gute Nachrichten. So wie ihr seht da, ich hab sogar schon ein Silberpack geholt. Ein Zwei-Silberspieler-Pack halt. So, ich, äh, send das jetzt alles ganz schnell... Ohne Worte. Okay, Leute, äh, ja. Dazu weiß ich jetzt auch mal wieder gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so. Gut. Kann ich das jetzt halt nicht absenden. Wir öffnen gleich aber wenigstens noch dieses eine Pack, was ich da habe. Und ich zeige euch auch kurz, wo ihr die Features das sehen könnt. So, hier seht ihr schon ein bisschen was, aber da geht noch mehr. Da könnt ihr dann alles einsehen. Wie gesagt, Neuigkeiten, Item-Drops. Ein paar Mal draufklicken. Aber das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Und hier seht ihr die ganzen dann. Wir gehen mal von unten nach oben. Diogo Dalot, 85, Alexander Isaac, 86, Rhys James, 87, Lunin als Torwart aus 87, dann der angesprochene Soboschlei, 88, Serginio Dest von Barca auch 88, 88er Kuluszewski und 88er Harvey Barnes. Das überrascht mich, glaube ich. Und auch vielleicht eventuell ein paar von euch, dass der darunter ist. Auch wenn er eigentlich ein ganz gutes Talent ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der so weit kommt. Vor allem nicht mit einer 88er Karte. Dann 89er Berchwein. Sieht sehr schön aus. Gio Reiner 81 und Euduado Kamavinga 81. Auf den bin ich richtig gespannt und sehr gehypt. Ja, so sieht das Ganze aus. Da könnt ihr jetzt dann alles nachsehen. So, das 2 Silberspielerpack. Eins habe ich schon gemacht. Das hebe ich mir natürlich bis zum Future Star Event aus. Und wir öffnen jetzt das Premium Elektrum Spielerpack. Das Ding ist zum Glück tauschbar. So, kein Workout. Und wir gehen auch leider nicht durch. Das ist schade. Gut, skippen. Äh, ja, Zielinski. Okay. Nice. Ich, äh, baue die jetzt nicht auf dem Transfermarkt ein. Das ist mir jetzt auch egal. Ich versuche noch einmal, wenn wir rausfliegen, dann verabschiede ich mich einfach von euch. Ganz einfach. So. Und wartet mal, Jungs. Äh, ich versuche das vielleicht erst noch bei einem anderen Ding. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass das sehr entscheidend ist. Ja. Perfekt. Äh, okay. Äh, Leute. Das war's an der Stelle mit dem Video. Äh, ich denke mal, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ihr habt ja eure Lösung gesehen. Ich hoffe, damit könnt ihr ganz gut was anfangen. Und, äh, ordentlich Peck sammeln und an mein Crafting denken zum Future Star Event. Das wird sich extrem lohnen. Bei Gelegenheit denkt doch noch einmal daran, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und, äh, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, wir melden uns dann wieder. Ciao. Ciao.